Célie de Maranant ist eine Genossenschaft, ein Verband von Winzern, die sich zusammengetan haben, mit hohen qualitativen Ansprüchen, die dann auch solche Sachen hier machen, wie den Grand Maranant. Trägt den Namen nicht ohne Stolz, der Wein. Das ist eine ganz besondere Selektion, die auch nur von einzelnen dieser Genossenschaftsmitglieder, also der einzelnen Winzer, gemacht werden kann. Mein größter Spaß ist natürlich, die Kunden, die Endverbraucher oder auch die Händler, die Fachhändler davon zu überzeugen, wie gut der Wein ist und dann festzustellen, dass sie es auch verstehen. Eine ganz langjährige Freundschaft, die seit, ich weiß es nicht, 15, 20 Jahren schon andauert.